Und damit einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde. Oh, hallo, 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 servus, schnell, alles durchsuchen, wir haben direkt ein Auto, vielleicht kriegen wir direkt ein Auto an, das wär nüsse, aber wir werden hier gleich auftauchen, ach der kann nicht, wie sieht man eigentlich die Autoschlüssel, wie war das noch, in den Schubladen, walkie-talkie, Ich hab das, äh, Funkgerät hier, soll ich machen? Mach, ja. Autoschlüssel gefunden. Ähm, ich hab den Sound. Hier ist noch ne Waffe bei mir. Ja, ruhig, komm. Ich kann nicht durch die Tür gehen. Rettet nicht, ja klar, ist dann direkt links auf den Tisch. So, Flergang für uns. Hm. Keine Auto-Batterie hier. Leute. Ja. Maxi, komm zurück, ich tu dir nicht. Ich hab ein Geschenk für dich, ich hab Flüssigkeiten. Maxi, Flüssigkeiten hab ich für dich. Flüssigkeiten? Ja, Flüssigkeiten. Der Zautor geht grad nicht. Wir sind grad beschäftigt. Na, Maxi, komm zurück hier. Niemals! Items. Ja. Der ist hier. Ich weiß. Hast du hier schon alles durchsucht? Nee, nicht alles. Aber wir haben ne Falle. Ich glaub, er verfolgt eh wen anders. Ja, dann lass uns mal gucken, ob wir irgendwas finden, was wir benutzen können. Oh, ein Funkgerät. Ja, das hab ich schon bedient, glaub. Zum Polizeirufen hab ich schon bedient. Sehr gut. Wir müssen weiter. Wir haben eine Bärin volle. Ja, ich lebe noch. McFly lebt noch. Ja, ich bin auch direkt. Ich seh euren Namen, Items, Darno. Wieso redest du so komisch? Hallo, Stieger. Hallo, Stieger. Hallo, Stieger. Weil der hat mich verfolgt, die ganze Zeit. Jetzt bilden wir sich gar nicht dabei ganz weg. Bei dem Feuer, drei Zelten und ein Auto. Da er geradeaus ist noch ein Zelt, Items. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Also Joggen verbraucht wirklich weniger. Ja, aber es verbraucht. Ja. Hallo. Schleichen. Machst du zu? Ja. Oh, ich höre early. Eine Batterie. Nice. Du hast keine Waffe, nimm du die mit. Wo ist die? Links am Boden. Okay. Habste? Müssen wir zum Auto bringen irgendwie. Ja, wir brauchen noch Benzin. Adam, da räum schon wieder ich. Schiko, mach es auf. Hat er dich? Hat er dich? Hier liegt noch eine Waffe übrigens. Schraubenschlüssel. Ja. Wir müssen jetzt erstmal... Leise, leise, leise. Mach das Fenster auf. Ich bin... Ich bin der Cop. Leute, ich bin der Cop. Hört ihr mich? Rausgehen oder was? Anscheinend. Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay. Leute, ich bin der Cop. Komm, wir gehen zum Auto. Ja. Oh, ich höre ihn. Leute, ich sehe, wo Jason ist. Wie du siehst... Ja, dann... Echt, ist das ein Verk von ihm, dass man dauerhaft sieht, wo Jason ist? Er ist an der Scheune. Er ist an der Scheune. Er ist an der Scheune. Okay. Wer auch immer an der Scheune ist. Wer auch immer an der Scheune ist. Auto, wenn du mich hörst, ich habe die Flare Gun gezündet. Komm hier hin. Wo? Wo ist das? Ich habe auch noch eine Flare Gun. Soll ich sie zünden? Nee, wenn wir sie... Ja, zünde nochmal. Habt ihr alles fürs Auto oder wie? Wir haben eine Batterie. Tautok zum Flare Gun. Benzin. Ich habe kein Stamina mehr. Ich muss regenerieren. Nicht regenerieren. Er kommt da vorne. Oder? Er kommt auf dem Zoo. Seid ihr alle am Auto? Er ist... Er war gerade an der Bühne. Er kommt zu der Fahrt! Oh, schau! Direkt in die Arme gelaufen. Guten Tag, du lernst. Hallo! Hi! Na, Early? Komm doch zurück hier. Lauf nicht weg! Ich habe Dösigkeiten für dich. Bum! Alter! Oh, nein! Komm her! Komm her! Nein! Was muss das denn? Was wird das? Was wird das? Was wird das? Leute, wo seid ihr? Leute? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir leisten kann zu reden. Pssst! Ich meine, ich habe eben Telefonkasten repariert. Weiß einfach, wo das Telefon ist? Ich meine, in dem Haus, wo der Telefonkasten ist, war es nicht... Vielleicht bei mir? Ich guck mal. Warte, aber da ist noch ein Raum. Ich habe einfach den Raum übersehen. Also, ich habe auf jeden Fall den Telefonkasten repariert. Also, wir müssen das Telefon finden, damit wir anrufen können. Wer steht da? Ich weiß es nicht, aber es ist zu nah bei mir. Gibt es nämlich auch gehabt. Ich habe immer noch die Batterie. Hast du was? Wo bist du, Items? Direkt bei Olli. Der ist hier bei mir irgendwo. Direkt bei Olli? Ja, hi Olli, na? Hallo! Ich gehe da mal. Ja, mach's gut, gell? Man sieht sich. Nein! Bei mir bist du woher dran gesagt. Oh, aus der Sicht von TauTau hat man gerade Olli gesehen. Ja, gerade als ich weg-teleportiert habe. Ich hatte gerade den Balken voll. Und dann hat er mich umgebracht. Hallo. Übrigens. Das war aber knapp. Oh Mann. Ja, war einfach kein Glück, dass da Benzin gespawnt ist bei dem Camp da. Was hat Stigo hier schon tun? Oh mein Gott, was hebel. Hat Stigo ein Taschenmesser, ich glaube nicht. Ihr habt mich einfach in den Stich gelassen, da, lo McFlyder am Anfang. Wieso? Du warst so weit weg umgerannt als ihr. Er hat mich gejagt, ich habe mich ja eher vorgerechnet. Da kommt ein kleiner Irgendwo. Ja, die Autoschlüssel liegen irgendwo im Wasser, ne? Ja, die Autoschlüssel liegen irgendwo am Strand unten auf jeden Fall. Was hatten wir denn jetzt alles im Auto eigentlich? Batterie und Schlüssel hatten wir. Die Batterie hatte ja ich, die konnte ich ja nicht einbauen. Ich war ja direkt... Er ist ins Haus rennen. Man kann ihn am besten im Haus abhängen. Ja, ums Haus oder in dem Haus. Ja, es sei denn, er kommt durch eine Wand, das sah so geil aus. Du versteckst dich da und hinter dir kommt er einfach durch die Wand. Jetzt, guck mal, jetzt muss Stigo in die andere Richtung rennen, weil er teleportiert sich ja in die. Gut, da wo ich liegt, da müssen die Autoschlüssel auch sein. Da liegen sie auch. Oh oh. Da hat sich das Heilen aber gelohnt. Wie war der Stigo, lebt noch? Ne, war gerade noch. Ja. Der ist langsam im Wasser übrigens. Oh. Furtet sich wieder. Oh. Der Teleport war aber ultra-geil. Ja, es war Firecracker. Ja, so gehört nicht das. Rater beng, rater beng, rater beng. Ja, unser Ballet ist blootet lieber. Hat er nicht die Möglichkeit, Jason umzubringen? Ich habe meine Waffe, aber ich gucke mich erst mal in die Wand. Was sucht ihr denn vor allem? Es liegt doch alles draußen. Benzin nicht. Wir haben nie Benzin gefunden, oder? Ja, aber Benzin liegt ja nicht in der Schublade. Benzin steht ja so rum als Kanister. Naja, an der Scheune ist eine gute Chance, dass da Benzin liegt. Ja, hier in der Wäse eigentlich auch beim Kämpfer. Aber hat die Autoschlüssel auch da liegen lassen, oder? Er hat die Autoschlüsse bei meiner Leiche liegen lassen. Ne, obwohl, warte mal, es kann sein, dass die weg sind für ihn. Das war bei mir nämlich auch mal. Jemand hat so mal eine Waffe für mich gedroppt. Ach so. Und die war halt für mich verschwunden. Für ihn lag sie da immer noch. Ich bin gespannt, ob er das hinkriegt mit dem Schießen. Vielleicht versteckt er auch. Oh, da ist das Funkgerät. Er ruft die Polizei jetzt. Ja, das wäre doch mal gut angewendet. Er kann sich selbst rufen. Gut, das Telefon ist wichtig, die Polizei zu rufen und so, weißt du? Weil damit, äh, damit jemand wieder einsteigen kann. Ja, oder hat einer das gewährt, mit dem du auf jeden Fall einen Rettlich haben. Hat der gerade als Frau geschrien? Ja, so ähnlich. Jetzt haut er die ganzen Fenster kaputt. Das hilft mir, den Survivoren, als ihm gerade. Ja, Early ist gerade ein bisschen am Psychoterror machen. Das Problem ist, er merkt nicht, dass er sich selbst terrorisiert. Der kommt doch gleich hinten rein. Dann wirst du dich durchs Fenster zu porten, oder was? Kann er durchs Fenster? Das geht ja gar nicht. Das war aber, ich bin ja vorhin durchs Haus entkommen und dann hatte ich ihn komplett abgehängt, aber in dem Moment, wo ich an dem Fenster vorbeiläufe, steigt Adalu raus. Oh, oh, showdown. Ja, den einen Schuss und dann? Loll. Holy shit. Lauf, lauf, lauf. Das ist halt gestanden. 5 bis 10 Sekunden. Oder gar schön lange, ja. Naja, der muss jetzt erst mal durch den Kopf gehen lassen, was da gerade passiert ist. Deswegen sag ich ja, du kannst eigentlich damit halt retten. Einer wird gepackt und du kannst ihn erschießen. Tata, versteckst du dich jetzt in einem Bett? Natürlich. Und es ist übrigens das einzige Bett, was noch ganz ist. Also, es wird nicht gut ausgehen. In dem Raum ist alles kaputt. Alle Schränke und alle Betten. Ich liege... Oh, der Raum hat eine Kamera. Die stationäre Kamera ist in dem Raum. Das ist dein Dead Body. Äh, nee, ich sehe gar keine andere. Ach, das ist Dead Body. Dead Body, ja. Ja, da liege ich. Oh, oh. Ach so. Aber... Oh, oh. Oh, oh. Ah. Ich sag ja, diese Campbetten sind keine gute Qualität. Wieder einfach die Leiche weiter drunter. Ja. Der hat das aber auch ein Taschenmesser gehabt. Oh, Mann. Oder ist das meins? Das war nice, was er aufgesagt hat, mir ja. Nice, sweet, sweet. Ja, der hat das aber fertig gemacht, aber das hat sehr lange gedauert. Ja. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was ist gut, Leute? Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020